So liebe Freunde, hier spricht Nana Lifeseller Domena, ich bin heute hier in der Hauptstadt Berlin unterwegs und darf bei dem Mega-Event Cinema for Peace dabei sein. Viel Spaß mit dem Film. Ich freue mich heute besonders auf Christopher Lee, der mit 92 Jahren immer noch dabei ist und das ist ganz toll, wir sind viele Jahre gut bekannt. Ich bin das erste Mal bei Cinema for Peace, ich habe den Veranstalt in Yaka kennengelernt vor sechs Wochen und er meinte, komm für einen guten Zweck, komm nochmal nach Berlin, sag ich, du, mach ich sofort und ich lege auch für euch heute Abend auf und gebe nachher noch ein kleines DJ-Set und ich bin sehr gespannt, wer da alles rumspringt. Ich habe mein Handy und Aufladegerät dabei, dass falls der Akku leer ist und ich noch nicht genug Fotos mit internationalen Stars, habe ich das Handy nochmal aufladen können. Cinema for Peace hat sich ja wirklich sehr gemacht in den letzten Jahren, also es ist wahnsinnig, was die für Haiti gemacht haben und die sammeln und helfen in Millionenhöhe und damit haben sie einfach schon sehr, sehr viel Gutes getan und ich finde, dass Kino auch diese Aufgabe hat, also immer mit seinen Inhalten auch zum Allgemeinwohnen beizutragen. Für mich besonders ist natürlich, dass ich mit meinem wunderbaren Chef hier und Arbeitgeber und wirklich einer Inspiration ein Mann hier sein darf, der mich zur Markenbotschafterin dieses tollen Labels gemacht hat, der so mutig ist als Unternehmer, furchtlos und das passt genau zu Pussy Riot, die sind auch furchtlos. Also ich bin glücklich, lauter furchtlose Menschen um mich herum. Well, it's a pleasure to be here and my design is basically, I call it modern, elegant, sophisticated and with an African touch, as you see. Nice, you look great. And I hope to definitely bring more Western Europeanized women into this little touch of African fabrics because I think everybody can wear it. Oh, it's a very, very special event and we are very proud to be one of the sponsors. And, you know, this is the first time we are the company Mega NFC and we are very proud to work together with Mr. Vizier that year and very honourful people here. For me is the most important, that is the idea of peace. We are the main sponsor of this event, also our company. We are very political, but for the world peace. And that is the greatest thing that can ever be. We are for the world, for the health, for the love. And so we also support our company this event. And for cinema, for peace, peace is the base of everything. Not only because it is a blue Teppich, but normally because it is a red Teppich. But exactly so is cinema for peace positioned, that it has much more to do with sustainability. And I believe that Leonardo DiCaprio has written a lot in his book, in which he said, it has one of the Oscars, but it has something much more to do with. And that is cinema for peace. And that is the reason why I support this event as a committee member. And that is the reason why I support this event. I have been here for many years, since the beginning. And I have been here for many years. And I have been here for this beautiful concert house. And for this good reason to support this event. And I have been here for this beautiful anniversary. And I have never been here for two years. If I think that you have to leave a room for a while. And then I would like to be here for a while. Ich glaube, fast an Beginn an die Zeit, weil von Anbeginn an UNICEF auch mit involviert war. Viele der Botschafter sowohl für Cinema for Peace als auch für UNICEF sind die gleichen. Heute freue ich mich besonders, dass wir im Film Mandela vieles andere dabei haben. Ich habe die große Freude gehabt, ihn mehrfach zu treffen. Viele Giscard Estes dabei, auch ihn habe ich oft getroffen, Pussy Riot freut mich sehr drauf heute Abend. Also viele große Ereignisse. Also wie eine Art Familientreffen, Freundschaftsreffen? Es ist nicht nur ein Familientreffen, sondern es ist ein Treffen von engagierten Menschen. Und das ist etwas, was uns auch im kleinen Komitee immer wieder zusammenführt. Mit Bob Geldof sitze ich in vielen anderen Gremien zusammen. Das ist etwas, wo ich bin seit 25 Jahren UNICEF-Botschafterin. Ich habe die eigene Kinderstiftung. Wir arbeiten weltweit insofern an den gleichen Zielen. Und das bringt immer wieder die gleichen Menschen zusammen. Das macht auch Spaß, dass man so viel Engagement spürt. Cinema for Peace vereinigt natürlich das Filmwesen und dass man Gutes tut. Und das ist in dieser Kombination recht selten, dass also gezielt Projekte ausgesucht werden, um andere Projekte zu unterstützen. Und hier sind natürlich alle, die sich für Filme begeistern und die sich gemeinschaftlich in dieser, eben bei Cinema for Peace eben wiederfinden. Also wir sind mit einem Enkel von Nelson Mandela persönlich da und freuen uns deshalb sehr, dass wir mit ihm die Ehre teilen können, dann den Preis entgegennehmen zu können. Beziehungsweise ihn dazu begleiten zu können. Erstens wird natürlich Geld gesammelt für wichtige Projekte, für Wohltätigkeit. Das ist das allererste. Und als zweites sind einfach auch tolle Leute hier. Und es macht Spaß und man sieht Freunde und da macht es auch Spaß zu spenden. Besonders. Ich bin gut, Mann. Es war ein langer Reise, um zu Berlin zu kommen, aber ich bin froh, dass ich hier bin, besonders während der Berlinale. Heute ist es spannend für ein paar Gründe, aber eine, zu JAKA und die wunderbare Leute bei Cinema for Peace, weil sie mein Grandad this year honorieren. Und sie auch meine Familie honorieren. Also ich zeige euch einen neuen Sneak-Peak. Ich zeige euch einen neuen Film, den ich über meinen Grandfather gemacht habe. Ich zeige euch, dass die letzte gesammeltes Interview mit ihm ist und es zeigt auch die Familie-Storie. Wir haben diese Riesenchance, dass die Menschen zwei Stunden lang sich hinsetzen und einem zuhören. Und da hat man auch eine Verantwortung, was zu sagen, was auch wichtig ist. Oder auch gewisserweise auch Menschen auf etwas aufmerksam zu machen. Wir sollten alle kämpfen für Frieden. Wir sollten alle kämpfen, um glücklich zu sein. Und wir leben dieses Leben, das ist kurz und es ist ein Gift. In einem schönen Weg. Nicht trinken andere Menschen, nicht dazwischen, nicht dazwischen, nicht dazwischen. Das ist mein Punkt von mir. Ich lebe in Harmonie. Ich versuche. Ja, ich versuche, in Liebe und in Harmonie zu sein. Was können wir jeden Tag tun? Was kann ich tun? Was ist das in deinem Leben? Well, es ist einfach, du musst es jeden Morgen tun, jeden Tag. Und wir werden sofort verraten, für alles. Instead, nein, einfach verstehen, dass vielleicht jemand anderes vor dir hat ein anderes Problem. Wir sind so voll von Ego und das ist nicht so, wie es ist. Wir könnten alle uns lieben und wir sind gut. Ich denke mal, es wird sehr groovy werden und man kann tanzen. So liebe Freunde, gerade noch am blauen Teppich gewesen hier bei der Cinema for Peace ist es jetzt gleich soweit die Aftershow-Party. Wir sind natürlich wieder ganz exklusiv kurz vor dem Event am Start und neben mir Olaf Brandenburg mit einer Unterstützung. Vielleicht mal ganz kurz selbst vorgestellt. Wie ist Ihr Name? Ich bin der Florian Preuß. Ich bin der Clubmanager vom Avenue. Wir supporten die Aftershow-Party mit unserem Personal, unseren DJs und mit uns selbst. Und in Drinks. Und in Drinks. Also ich kann euch sagen, dass es oben wirklich so viel Gänsehaut gab. Wir haben vorhin Giscard d'Estaat erlebt, den ehemaligen französischen Präsidenten, der daran erinnert hat, dass wir im Ersten Weltkrieg Feinde waren, im Zweiten Weltkrieg Feinde waren. Und dass heute die deutsch-französische Freundschaft für Frieden und für Verlässlichkeit steht. Und dass die Europäische Union von den beiden Weltkriegen ausgegangen sind, ein Zeichen für Frieden ist. Und darum ist er sehr, sehr gern hier bei Cinema for Peace. Besonders die Dokumentarfilme hat mir wirklich sehr, sehr mitfühlend gemacht, weil ich das einfach mutig finde. Und ich finde, man fühlt sich selber fast dabei schlecht, dass man fast zu wenig tut. Und ich möchte mich unterstützen. Ich finde das Wahnsinn. Und ich kann nur sagen, ich bin hochachtungsvoll gegenüber allen Preisträger heute Abend und auch allen Nominierten. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Ich finde, es ist eine Veranstaltung, die eben besondere Filme und besondere Persönlichkeiten würdigt, die sich für bestimmte Bereiche einsetzen, Rassismus und so weiter. Und das finde ich einfach großartig, weil sowas muss es auch geben. Welche Story hat dich am meisten berührt, wo du gesagt hast, oh, da hat es gekribbelt? Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, weil es waren so viele schöne Projekte, so viele schöne Filmprojekte. Sei es im Filmbereich oder im Documentary-Bereich. Und ich finde es auch gut, dass sie in dem einen Bereich wirklich alle ausgezeichnet haben, weil die so berührend, so ergreifend und auch so wichtig sind, dass man sie wirklich anschauen muss, dass alle ausgezeichnet worden sind. Also da mir das Thema Nelson Mandela natürlich sehr nahe geht, haben mich auch die Filme bezüglich seiner Person sehr interessiert. Ich fand aber auch The Square ganz toll. Die Dame, die den Preis gewonnen hat, saß auch bei uns am Tisch und hat uns da noch so ein bisschen Background-Infos dazu vermitteln können. Das war echt toll. Du musst immer weitergehen, weitergehen und immer weitergehen. Du musst immer weitergehen, weitergehen und versuchen, besser zu sein und besser zu werden, für dich jeden Tag zu erinnern.